Wie der Name schon sagt, richtet sich das interne Rechnungswesen an interne Adressaten und verfolgt somit unternehmensinterne Zwecke. Es liefert oder das interne Rechnungswesen liefert alle Informationen, welche erforderlich sind, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Und zu den Teilbereichen des internen Rechnungswesen gehört die Kosten- und Leistungsrechnung, die Investitions- und Finanzierungsrechnung, die Planungsrechnung sowie die Betriebsstatistik. Und neben dem internen Rechnungswesen gibt es dann eben auch noch das externe Rechnungswesen. Und was sich das externe Rechnungswesen oder mit was sich das externe Rechnungswesen nun beschäftigt, sehen wir uns jetzt kurz an. Im Unterschied zum internen Rechnungswesen richtet sich das externe Rechnungswesen an externe Adressaten. Es geht also darum, die externen Adressaten mit den erforderlichen Informationen zu versorgen. Und hierfür greifen Unternehmen auf mehrere Informationsinstrumente zurück. Hierzu zählen beispielsweise die Finanzbuchhaltung, die Bilanz oder aber auch die Gewinn- und Verlustrechnung. Und abhängig von der jeweiligen Rechtsform gibt es darüber hinaus auch noch weitere Informationen, welche externen Adressaten zur Verfügung gestellt werden müssen. Gott speziell bei Börsenunternehmen gibt es gesetzliche Regelungen, welche Informationen gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt veröffentlicht werden müssen, beziehungsweise an die Adressaten übermittelt werden müssen. Und diese Information erfolgt dann in den meisten Fällen entweder über den Jahresabschluss, beispielsweise über den Anhang im Jahresabschluss, oder eben auch über sogenannte Ad-hoc-Meldungen, also schnelle Informationen, welche beispielsweise auch Einfluss auf den Börsenkurs haben können. Und das ist das, was wir tun haben. Vielen Dank.